So liebe Freunde, heute sind wir hier in Rendscheid, Lüttlinghausen und bringen jetzt dem Dilger Ecke Eijan sein Gewinn. Meinst du der freut sich darüber? Ja, ich denke schon, dass der kleine Streus sich freuen will. Haus Nummer 40, ich glaube das ist unser Haus. Mal gucken ob der Streus zu Hause ist. Wo steht denn hier Dilger 16? Hallo! Hallo! Seid ihr an zu Hause? Seid ihr an zu Hause? Seid ihr an zu Hause? Oh, er kommt, er kommt. Er wird jetzt kommen und seinen Gewinn entgegen nehmen. Wie groß der kleine Lümmel hängt da bestimmt wieder auf Youtube rum oder spielt Battlefield. Hallo, komm mal her. Komm mal ran hier. Ich glaube du hast was gewonnen. Was hab ich denn gemacht? Du hast was gewonnen. Du hast Plastik gewonnen und da ist auch irgendwas drin. Achso. Ich blenden wir nochmal ein. Es war so lecker. Okay, noch ein bisschen Plastik rufen. Ja, den haben wir schon gegessen. Also der Medo hinter der Kamera, der ist etwas, muss ich sagen, dicker. Den kennt ihr vielleicht noch nicht. Der hat das immer so, oh, oh, oh. Dicker. Guck mal, das passt direkt richtig perfekt. Als wäre es für dich verlost. Dankeschön. Dankeschön. Sauber. So läuft der Tür. So läuft der Tür. Ciao. Ciao. Liebe Freunde. So, da haben sich die 5 Stunden Fahrt doch gelohnt. Auf jeden Fall. Hatte sich gefreut. Ja. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Irgendwann stehen wir mal vor deiner Haustür. Auf jeden Fall. Das klingt wie eine Drohung. Ciao. Bis zum nächsten Mal.